Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie euer iDevice mit der Firmware 5.0.1 Untitled Jaybrain könnt. Dazu ladet ihr euch RedSnow 0.9.10 Beta 3 runter und die Firmware für das jeweilige Gerät. Wenn ihr das getan habt, öffnet ihr den Ordner hier, öffnet RedSnow, klickt auf Extras, danach klickt ihr auf Select IPSW und dann wählt ihr die Firmware aus, ok, dann auf Deck, dann auf Jaybrake, dann lässt ihr hier einfach Instance CD angekreuzt und klickt auf Next. Hier wird jetzt gesagt, dass ihr euer Gerät ausschalten müsst, das machen wir jetzt auch. Ok, wenn ihr jetzt auch hier seid, dann lasst ihr die Firmware 5.0.1 und dann lasst ihr die Firmware 5.0.1. Ok, wenn es aus ist, klickt ihr auf Next und dann lasst ihr den Powerbutton und den Homebutton für 10 Sekunden gedrückt halten. Ich klicke auf Next. Für 10 Sekunden gedrückt halten, oben und unten. Dann oben loslassen und unten für weitere 15 Sekunden gedrückt halten. Wenn RedSnow euer iPhone erkannt hat, könnt ihr den Homebutton lostasten und weiter geht's in RedSnow. Auf eurem iPhone erscheint jetzt so ein Zeichen. Jetzt sowas. Und mich nicht erschrecken, das ist völlig normal. Auf RedSnow steht dann. Ihr könnt RedSnow auch jetzt schließen. Den Rest erledigt das iPhone. Übrigens, die Links für die Firmware Datei und die RedSnow-Datei findet ihr in der Beschreibung. Das Ganze dauert jetzt ein bisschen. Ich weiß nicht, der wir mit dem. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann seht ihr den Laufenden Anlass. Jetzt schaltet das Gerät neu und ihr seht den Apfel. Vielen Dank. Und auf der nächsten Seite müssen sich die App Studio befinden. Und da ist sie auch. Ihr klickt da drauf. Dann könnt ihr auswählen, Benutzer, Hacker oder was anderes. Und dann habt ihr das Ganze. Ihr könnt euer Gerät wann ihr wollt ausschalten und ihr müsst es nicht wieder erneut mit Red Snow mit Just Boot booten. Ich hoffe, ich habe euch weitergeholfen und ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet, um mehr Videos von mir zu sehen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ciao, Leute. Ciao, Leute.